In einer sich ständig verändernden Welt bleiben die meisten Grundlagen die gleichen. Nehmen Sie zum Beispiel das Weltslager. In der modernen Industrie dreht sich alles um Lager, heute wie vor 100 Jahren. Und wenn wir plötzlich unsere Lager verlieren, verlieren wir unseren Weg. Es ist eine Tatsache, dass weniger als ein Prozent der Lager die Lebenszeit erreichen, für die sie entwickelt wurden. Das bedeutet, dass 99 Prozent aller Lager vorzeitig ihren Dienst versagen. Wenn wir das akzeptieren, dann können wir uns auf das eigentliche Problem konzentrieren, das Auftreten von unerwarteten Fehlern. Wir müssen auch weiterhin konkurrenzfähig sein. Und es ist eine einfache Gleichung. Bieten Sie Ihren Kunden einen Extra-Bonus durch Kostenkontrolle. Tun Sie dies besser als Ihre Wettbewerber. Und Sie sind Ihnen gegenüber im Vorteil. Defekte Lager bedeuten immer Produktionsstillstand. Aber Produktionsstillstand ist nicht unbedingt Produktionsverlust. Der Schlüssel ist, vorherzusagen, wann die Ausfälle auftreten werden und diese zu planen. Die Zustandsüberwachung Ihrer Lager und das Vorhersagen deren Ausfälle ist mit dem SDT Data Collector erstaunlich einfach zu handeln. Unternehmen rund um den Globus wenden sich an SDT für zuverlässige und robuste Ultraschallinstrumente. SDT-Detektoren sind gebaut, um den härtesten Arbeitsumgebungen standzuhalten und schnelle, präzise Ergebnisse zu liefern. Die Entwicklungen in der Sensortechnik und im Datensammeln haben dazu beigetragen, dass SDT an der Spitze im Kampf gegen ungeplante Lagerschäden ist. Unabhängig Ihres Zustands produzieren Lager Ultraschall. Dieser wird durch normale oder übermäßige Reibungskräfte erzeugt. Diese können durch Aufprall, Fluchtungsfehler oder über ein Ungleichgewicht erzeugt werden. Selbst mit all dem Hintergrundlärm in Ihrer Anlage, das SDT 270 hört den Ultraschall. Es misst und zeichnet Ihnen die Planung der nächsten Wartungsintervalle. Statische Signale werden als Dezibel gemessen und mit den früheren Werten und voreingestellten Alarmen abgeglichen. Dynamische Signale werden aufgezeichnet und im Zeit- und Frequenzbereich für eine detaillierte Analyse von Fehlerbedingungen analysiert. Temperatur, Drehzahl, Vibrationsdaten werden auch mit dem SDT 270 gesammelt, um die Zustandsüberwachung und die Beurteilung abzuschliessen. Ultraschall-Datensammlung ist die Zukunft der CBM. Sie ist bereits die Go-To-Technologie der großen Hersteller, die Ihre Instandhaltungsabteilung für das, was es sein kann, identifiziert haben. Profit Center. Setzen Sie einen SDT-Ultraschalldetektor noch heute ein. Der Einstieg ist einfach. Besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie noch heute an, um mit einem unserer Ultraschall-Service-Spezialisten zu sprechen. Wir können all Ihre Fragen beantworten, das beste Produkt für Ihre Bedürfnisse und Budgets empfehlen und mit Ihnen eine Live-Demonstration in Ihrer Anlage oder über das Web vereinbaren. Es gibt viele Dinge, die Sie mit einem Ultraschall-Programm tun können. Lagerzustandsüberwachung ist nur der Anfang. Unser Versprechen an Sie ist, dass egal was Ihre Ultraschallziele sind, SDT Ihnen genau dort zur Seite stehen und jeden Ihrer Schritte begleiten wird. Lassen Sie uns gemeinsam mehr hören. Heute.